Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jonas, du hast ein riesen Schwein gehabt, den Vogel abgeschossen. Wenn du einem Typen einen bläst und der hat eine Weile mit keiner Frau geschlafen und hat sich auch eine Weile keinen runtergeholt. Wo gibt's denn so einen? Ich heirate morgen! Ich brauch noch etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues. Das ist ja wohl brauchst du. Ich verstehe gar nicht, was ihr von mir wollt. Sag mal, bist du Patient oder hast du was zu sagen? Das ist jetzt natürlich ein ganz blödes Timing, wo du ja morgen heiraten willst, aber sagen muss ich dir trotzdem was. Nein, ich muss dir was sagen. Wo ist das Brautkleid? Das, ja, das ist hier. Ich blase sowieso überhaupt nie. Stellt euch nur mal vor, wo Männer ihr Ding überall drin gehabt haben könnten. Nein, ehrlich. Wenn das Sperma noch frisch ist, soll es mir recht sein. Ich versuche das, wenn das Sperma brauchst. Wie ist das?